Der klare Austausch, hey, wir können das bieten, wir können das bieten, was ist zusammen, was ist nicht zusammen. Und auch ein spannender Aspekt, eben mal ohne Geld zu gucken, was biete ich, was bieten die anderen. Da hatte ich die Hoffnung, möglichst viele Gespräche zu führen und ich glaube, das ist sehr gut gelungen. Tolles Format, öffnet ganz viele Augen jetzt, glaube ich, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Nicht alles, was wir uns gewünscht haben, aber dafür auch noch andere Dinge, an die wir gar nicht gedacht haben. Also, es war durchaus anstrengend jetzt auch, aber ich fand es richtig krass. Hat wirklich viel gebracht und Spaß gemacht. Da haben sich tatsächlich einige Geschäfte daraus ergeben. Nebenprodukt ist es einfach, dass man Leute kennengelernt hat, Gesichter gesehen hat, weiß, wen man unter Umständen mal anrufen kann oder so. Wir würden es auf jeden Fall nochmal machen, weil wir haben jetzt einmal die Erfahrung gemacht, haben uns versucht und wir wüssten, so ein paar Punkte, an denen wir nächstes Mal mehr arbeiten würden oder wo wir gezielter formulieren würden und auch auf die Unternehmen zugehen würden.